Wir haben in diesem Jahr im Sommer im Stadion mit Daniel Küppelböck versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Das ist uns gelungen. Wir haben mit 4000 Leuten ein Lied gesungen, auf das sie nicht vorbereitet waren, ohne Text. Von vorne bis hinten komplett auswendig. Der Grundstein zu dieser Idee ist in diesem Zelt entstanden. Weil hier haben wir gemerkt, bei diesem Lied brauchen wir gar nichts machen, das Publikum macht alles ganz allein. Deswegen, das Lied heißt für uns nur noch Tollingskrieg. Und jetzt kann ich kommen. Herzlich. Und die allerer Bandschrohre machen. Herzlich machen sie das bloß. Wir machen das einfach. Wir machen das einfach. Wir machen das einfach. Sandausen! So, alle Hände nach oben! Hey, hey! Und jetzt, schau, schau, was passiert. Danke, Herr Bauer. Wir haben das nicht kaputt. Gut, Herr Bauer. Hören Sie, Hören Sie, Hören Sie, Hören Sie, Hören Sie, Hören Sie, Hören Sie. Hochfeuhaus Ich bin so schön, dass das da keine Chance hat. Und jeder will nur in der Tür, weil heute sind die Stärken. Und wie wir scheinen, ich bin ein Stadler, der uns in die Bromad ist. Und raus! Und bevor der Bromad ist, den Löffel ist, den Löffel ist. Das Kandal ist der Kandal. Das Kandal ist der Kandal. Das Kandal und Wurz.